Warte, ja, World Street Cup von Dams, Dams, meine Güte, den habe ich ja gerade erst auch bei dem Solar Tournament mitgespielt, da war mein Jungler da, wollte den ganzen Lilia spielen, hat auch letztens so ein wildes Lilia TikTok hochgeladen, also mal gucken, was Dams hier produziert hat, rein da. Das ist wirklich fast weg-edited worden, ne? Upsi. Was das? Was's up, my fellow gamers, it's your boy, the one and only sellout Nuna here. Has League of Legends solo, you've been kicking your ass? Are you on a 15-game lose streak? And you just want to unwind? Well, I got something just for you. Welcome to Honkai, a sci-fi RPG from the creators of the hit game Genshin Impact. Honkai Star Rail is already one of the biggest games ever. It already hit 80 mil- Am I reading that right? 80 million downloads within the first 6 months. That's crazy. Honkai Star Rail is a turn-based RPG set in space. The battles look amazing as fuck, and the combat feels extremely smooth and fun. The game also just introduced a new 5-star character, Argenti. He's a dapper-looking fine gentleman with sick visuals, and these cool special rose effects. Argenti brings a unique charm to the game that's hard to resist. But that's not all. The 1.5 update is live now with a bunch of new content. Hit the link in the description to download Honkai Star Rail for free. Use the promo code on the screen to redeem 50 stellar jades. Thank you, Mr. Honkai, for giving me this yacht and the mansion for this at Reed. Okay, no joke. For so'n Video wie in Worlds Video, wie viel Geld kriegst du für ein Honkai Star Railplug? Wie viel? Wie viel Geld kriegst du dafür? Das ist auch insane. Diese Gacha-Games? Die, die, Bruder. Warum? Ich brauch die auch! Kann ich mir die Wohnung leisten. Und willkommen zu World's 2023 Stuff by Dummys, wo er mir dieses Skript gegeben hat, um zu lesen, aber es wird nur ein Montage von LCK und LPL-Destroying-The-West. So, ja. Enjoy! All right, guys, World's is about to start. Let's go. Immediately just flashes on top of him. Minimal fumble, don't the axe not quite connecting. Oh, instant knockback Kiaya. Oh, he's dancing on him. This should not be allowed. What is this Nard doing? He's just killing two grown-ass men on the top side of the map. Look at how you're not going. I'm not trapped in here with you. You're trapped in here with me. I'm trapped in here with you. I'm trapped in here with you. Son, Robo, you are insane! Again, depending on how much she animizes, they will not be the pinkiest of members. I'm a brief moment, okay? Just... He's got a jiggle at every one song. Moves for flashes in Artemis Gale forces to try and get out of them. I'm from flying oysters. Nice, nice, nice. Oh my God! Oh my Jesus! Ha, 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 ha! Katelyn, and she goes down. They're trapping us back for the world. But they will use those hex gates to get... Oh my God! Fuck it! The switcher! Man, it's in so viele geile Situationen, dass ich mich genau erinnern kann, was ich im Cast gesagt habe. Weil der Worldstrap war ja so lustig dieses Jahr auch wieder. Diese Double Hexter gates, die Ultis. Oh mein Gott, oh mein Jesus. Hab ich noch nicht gesehen. Aber nice. Geiler Hype auf jeden Fall. sowohl in-game als auch in-editier. Shit. Ist auch grad noch Play ins Chat. Also gleich geht erst Mainstage los. Chun, Clint's coming out a little bit early here. Fedder's coming right back. Tino's walking out. The Flanks spotting it. Tino, did you see him? Did you see him? Can we see the vision? He is walking right at him. He is not looking. Brazilian Mitländer. Lovar. Chausi, do you hook on the wall? You should hook on the wall. What a legend. What a legend. When they advance to that qualification series, or we go to... We'll see you on the other side of the break. Do you not throw your notepad? Why are you throwing your notepad? Fandas come in and Rune picks up a kill. Hulk comes out, Rune shoots himself out there onto the Zaya, but will turn and burn. No way. To the quadra kill. And they have to die. Day one? They have to die. Nexus Turrets as well. Finally, here they go. There's Slater with the stopwatch. Finally, they go in under the turret. And it's going to be a pentakill! I was so sad. I think I had 4 or 5 Panthers predicted. I had 1 Panther predicted. And we had 3 Panther kills. In playing stage. And then never again a Panther. In playing stage. 2x Kaiser, 1x Zaya. Aha, Riot. Would you be able to rank yourself here among the world's ADCs? He says pace, he says rank 1. He has never thought. He has never thought. He has never thought. He has never thought. And at the end he says, I'm pretty good or so. I don't know. I don't remember. I will say top 3. Alright. What can we expect from Jenji here at Walls, when you consider the training that you had? If the man would give good answers, let him think. Let him think. Let him think. I'm holding a stroke on my dick. I got lotion on my dick. People like to... What was... Was kam da gerade? Was... 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 Was war das für ein Edit? I'm holding a stroke on my dick. I got lotion on my dick. Huh? Okay. I'm just saying. Der ist minderjährig gewesen. Zu dem Zeitpunkt dieses Videos. Der Mann war minderjährig. I'm just saying. Seit dem Dezember Geburtstag. Worlds war im Oktober. War ja im November, oder? I'd like to create a rivalry between me and him. But I actually don't get why. Like... We're really not from the same scale. You know? Like tomorrow, when... Like, you'll just get destroyed. In that game immediately? Danastia! Hey! So this is some of the stuff you're talking about. Where media starts flexing. No, no, no. Pretend like I have full faith. This thing I don't. I'm nervous. You get destroyed. Hibiter while Adam splits up on the top side. It's important to have that level of discipline. At least for a moment. If not going down, Gary likely meets us. Oh my god! Spendon! 50%! Does have the Strive Breaker finish. Actually he's gonna hop on the sticks, eh? Just cleanses. Just starts to walk him down. Is he just gonna... That's so dumb. So dumb. Why do we break this one down? He pushed his Q. It never stops. He just keeps on spinning. And then he pushed R. Ladies and gentlemen, Garen. I think that's... That's Reidy. Might take Waze for this. That's a bit of a cold there. It comes to Garen spinning. Goodbye to Gori. Now I need to get something back in the fight. River on the side. Trying to survive, but he does get... Oh, six hit. Come on, Gary! UK together versus the world. Do you know that the only champion that was not selected in the LCK over the course of 11 years was Garen? Hä? Aber Fake hat mit den Garen doch gespielt. Vor Jahren. Das kann... Ist das true? Oder... It's probably true actually. Es war probably nicht bei LCK. Es war wahrscheinlich bei Ortsas oder so. Ich glaube, es war bei Ortsas oder so. Sie hat LCS gesagt? Really? Ne, sie hat LCK gesagt, oder? That was not selected in the LCK over the course of 11 years was Garen. Ja? 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 Und dieses Jahr hat Europa den Speedrun aber gewonnen. Right? Also lustig wie das Meme zu dem Zeitpunkt war. Europa hat den Speedrun überboten. Überboten. Was? 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 Und das? Oh nooo, oh no! Oh nooo, oh nooo... Oh nooo. Oh... Oh licorice... Hier kommt der Bear Cavalier. Hier ist es, ein bisschen Gouda zu bekommen. Du liebst zu sehen, Lichorisch vs. Adam. Lichorisch, man, das war Big Black Lichorisch in action. Und es hat eine Sour-Taste in 3-6-9's Mouth, als wir zum nächsten Mal haben. Er hat nur eine Rade of Virtue. Er ist pure HP. Was wird da passieren? Das ist ein Flash-Out. Und jetzt hat er ein Low-HP als er geht. Ich glaube, es ist ein Bad-Gamer. Oh, Mabel! Für Baruch posten Stopwatch. Und Robo ist Soloing auf Slater, auf der Backline. Das macht es sich nicht mehr. Er hat den Knopf-Back. Hier ist es. Was die? Das ist ein Flash-Kick da. Er hat die Schlacht. Schall kill ihn auf. Labrov und Nuh, die letzten zwei Kills. Es ist ein Support und ein Minion. Ich denke, sie werden nicht so gut gehen. Wir haben eine viel besser Zeit mit dem hier. Aber jetzt der Double Knockback-Back. Oh! Oh nein! Oh! Oh, Stihl! Das hat das gewonnen. Ein bisschen von Burnung. Oh mein Gott. Ich habe die Schlacht auf den Splatter. Geh'e ich schaff! Die Golden Guardians werden am Anfang des Drugs. Er ist einfach nicht so gut auf die Zeit. Oh, er weiß. Diese Mann kann Minions sein. Live aus Seoul, Nordkorea. Es kann vielleicht die Leute aus der Welt sein. Ja, true. Oh, Defts Gesicht ist auch so ein geiles Meme geworden, ne? So geil, so geil, ne? Au! Ja! Ja! Es ist so relatable. Es ist so relatable, es ist so relatable, es ist so relatable, ja. Ja! Oh, he knows! This man can count Minions! Live from Seoul, South Korea. It might be some of these guys from Z plus Kia, although they just got scared from a bee. Now, a lot of people have been asking me, hey, Keijo, whose side are you on in this matchup between G2 and Weibo? It's kind of like watching your family fight against your lover. You know what I mean? And I would never, I would never support Weibo and the Shai over a European team. Threatening, there the else comes out and Hansama is going to respect this one. Yike is getting pretty... Yike is looking... There it is! There it is! That's the win, get the baron! Yes! Bro, that's what I'm talking about! That's the game winning play! Bro, I don't fucking care if I'm European. The Shai is winning worlds. Kill Desire! The Shai! Kill Desire! No! Shaohu! Shaohu! No! No! Let's go! No! No! Inhibitor! 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 I actually think all of Europe hates me now. Everyone hates me. No! Imagine, chat. Ich würde das machen mit Faker und Europa. Was würdet ihr mir antun? No? Was würdet ihr mir antun dafür? No joke. No joke. Das Cadrill da finde ich einen größeren Skalen. Daumen bekommen hat er aber... No joke. Die Entscheidung von Cadrill, aus marketing Sicht, dass er Vabo-backed und The Shai-Liebhaber ist, ist für den Train aufgegangen letztes Jahr. Von Regional Season zu Playoffs zu Regional Qualifier. Ja? Und dann zu Worlds ist zwar crazy, wenn sie ins Finale einkommen, Bruder. Und dann imagine, ich würde Faker nicht backen. Alter. Mein Chat würde ja komplett mentil gehen. Wir wissen, dass Faker größer als Europa für dich ist. I mean... I mean... I mean... Ich hatte wirklich Angst letztes Jahr. Also ich hatte nicht wirklich Angst davor, weil Europa nicht gut genug war. Aber ich hätte Angst gehabt, wenn es passiert wäre, G2 gegen T1 im Finale. Was würde ich machen? Was würde ich tun? Wenn G2 gegen T1 spielen würde? Ah! Ich kann gar nicht... Also es ist einfach nicht gut. Es ist einfach nicht gut, actually. Es kann man nur verlieren. Es ist only losable. Naja. Anyway, der nächste Spiel, der kommt, ist legit. Die Transition... Habe ich mir auch abgespeichert, weil die nämlich sehr geil ist. All of Europe hates me now. Everyone hates me. Oh, es ist also geil, weil DG war ja so viel krasser und alles. An diese traurige Szene aus 2017 und zu dieser Banger-Szene. Auf seinem Thron. Das erste Mal aus Korea in der Weltmeisterschaft gespielt. Und dann auch. Es war so ein geiler Run auch. Das letzte Jahr war auch wieder so insane. Die beiden letzten Jahre waren beide so insane, weil DRX T1 besiegt hat und weil T1 Worlds gewonnen hat. Dann im Anschluss, ja. Aber beide Jahre waren komplett geil. Die haben dem E-Sport erzielt. Und vielleicht sind auch so geholfen, weil die Storylines sind... So crazy krass, geil. Oh, die Games waren so geil. Der Zweimal-Java-Bart und beide Games waren so geil. Which Regime did you learn from the most? Probably not LCK, because we're just getting stopped so much. I wasn't really learning anything. Interrupted, they can't even make the TP play, as the Hens is looking for something. Oh, that was absolutely gorgeous. Oh, man. 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 Oh. Oh, man. 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 He's going straight in the enemy team. Oh. Oh, man. It's actually inspiring to see you guys thrive like this and... Player of the series. Yeah. You can see it. Ladies and gentlemen. This world. Thank you so much for the pleasure. I love you. And guys back to you. Big energy, Unika, character is so insane. Oh, this wasn't a Still. This is actually a shot. This was the manager of PSG, an L. Chad? Ich meine, das war der Manager von PSG. Ah ne, von den Marines war es. Von den Marines. Ah, das ist auch geil. Weil der hat so richtig wild energetische Interviews auf Englisch gegeben. Weil er irgendwie in Amerika groß geworden ist und so und dann irgendwie trotzdem Marines MCO geworden ist und E-Sports liebt. Der Typ war richtig cool. Ich glaube, für seine Spieler war es teilweise ein bisschen Abfuck. Glaube ich. Für manche der Spieler. Zumindest sahen die so aus, aber who knows. Aber vielmals lustig. Und für uns auch. Flank und ihn mit dem Stopp. Er wird in Trouble. Oh, sie werden starten. Nache. Stinky Baron. The Trigger. Es ist die Hexgates. Es ist faking es. Es ist so, all right. Aber das ist die größte. Das ist die größte. Althort ist grittig von ear zu ear. Die Baron. Ignite. Es geht nicht. Shields von den Warm Hugs. Die Healung von den Cozy Campfire. Die Healung von den Campfire. Die Healung von den Wörtern. Die Healung von den Wörtern. Was ist daran wholesome, bitte? Daran ist nichts wholesome. What the fuck? Look at this. 1-6. 1-6. Wo ist das wholesome? Mad Lions gegen N.A. Gegen N.A. by words. Wo ist das bitte gut? Das ist terrible. Teleport coming through, kicked away. You're not going anywhere. Dokla, however, very, very low. Reinforced by the Senna Ultimat. And the Pop Blossom is so awesome. It's Energy ready to win another one. But now Yanks ready for the follow-up. But Dokla's got to run. Iron. G2 cannot escape. Ace for nothing. Nobody thought they'd win LCS. Nobody thought they'd beat G2. It's time to change your minds. It's Energy win the game. Defeat G2 and go to the quarterfinals. You're a Jax and you're up versus a Gragas. And you solo kill him. Kill him a whole bunch of times and you've basically got the lane kingdom. What do you think happens in the rest of the game? You lose because top lane doesn't matter. One of the team players, Faker looks in the zone and just... It's the first time. Seit neun Jahren, dass Europa gegen A ausgeflogen ist vor Quarters. Neun Jahren, Chats. The gap is getting... The gap... The gap... Verringert sich. The gap wird kleiner. Zwischen Europa und dann A. Nicht zwischen Europa und A und Korea. Ne, ne. Oh man, ey. The team player, Faker looks in the zone and just... Oh my God. Chins and Missing might be getting the same treatment... Oh, he's going deep! Go! That is so incredibly deep. Thank you, baby. Podcast. Look at that trap place with that from Elk. Like, where does Delight go? He's like, I'm trapped, I'm stuck. Doing a very good job. Flash. Delight here. No! Oh, the anti-synergy. It's all over the place. But a nice snipe from the Q. I mean, that Elk walks away with the top of the... The gap was shooting the right position. Watch on the Q. I mean, that Elk walks away with... The gap was shooting the right position to stop them. The Magnet sword for Pina, he's nowhere near them! Scout pulled away, forced the flash out to safety. The Herald still connects. Now, Baker gonna be in trouble, but again, there's no follow-up damage here. Orianna just sitting pretty. Thank you very much, Tarzan. That was terrible. What do Orianna? Hello. Certainly does. Let's see. Pina B. He's just walking in. He'll steal that away. He's a shattering strike. He's able to dash away. Like the game of attrition. Those towers are internationally specifically over the last year and a half. Oh, that was so cool. Especially for... He's bragging that Zika's not in the good position as the fight starts. And then Gala just gets tipped there. And as Hong hooks him, thanks for the alley-oop. Come out. Kierke wasn't blocking him in. They will connect, but he pulls him back. Apotheosis! On this inner turret. Inner in the mid lane. Also falling. He's aiming versus 369. I don't like your chances aiming and he's just going to be put in the ground. Doesn't even flash. He's like, nope. And a half. And right now, I feel like they're Meganeers. What? What on earth? Pina and Doran have been possessed in these last two games. The Magnus Doran and Doran have been possessed in these last two games. All roads lead to me. The Magnus Doran and Doran have been possessed in these last two games. The Magnus Doran and Doran have been possessed in these last two games. Ich würde sogar NAD gewinnen auch fühlen, aber nur, wenn Europa nicht gewinnen kann. Aber halt ist ohnehin mal geil, wenn Arsenal nicht gewinnt, right? Das ist einfach Abwechslung in der Szene. Bro gewinnt. Ey, wenn Bro zu Worlds fährt, dann allein dann haben sie schon, also weiß nicht, was ich dann mache, wenn Bro zu Worlds fährt. Dann renne ich nackt durch Berlin oder so. Wenn eine Kursdorf in Afinans hat man, liebe Bro. Brasilien gewinnt, Brasilien wird niemals Worlds gewinnen. It's not happening. It's not happening. The Magnus Doran engaged in the river in that door. Oh, no. Don't forget to follow me on the road. All the road will be able to join me. Oh, 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 oh. Guma hat so geswerft in den besten Fall. Aber Kana hat sich auf die Hande gebrochen. Bam, bam. Same. Was ist das? Wollte ich gleich in Sekunde husten müssen wie ONA oder wie? No, what the fuck. Was stand da unten? Was stand da? Ich kann sie nicht lesen, kann ich pausieren. Me tweaking 0.2 nanoseconds without Zaza. Was zum Fick heißt das? Was ist Zaza? Zaza ist krass aus. Hm? Einen der wilden Semifinals nicht je gesehen ab. Vor allem nach dem Jahr von BLG und dem Jahr von Weibo. Es war crazy. Es war, die Semifinalbegehung war absolut illegal. Well played on the shy. Well played on the shy für das Semifinal. Ben Chahoo war so crazy geil in der LPL, aber das Semifinal, Alter, verrückt, verrückt, verrückt. Faker 1-Win-Line. T1-Win-Line. And again, the combos are clean. T1-Win-Line. No Survivors alive. Jace Ignite is this. The entire team will get absolutely nothing. It is not LPL versus LCK. It is T1 versus the LPL. And they like those odds as they move to finals. ...the reactions from both Zaza and Ona. Es ist auch etwas, was wir sehen in... Oh. Das ist schon schön. ...introduktion. Aber ich... Oh. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wir sprechen über T1 so viel. Vielleicht möchte ich ein bisschen über Weibo sprechen. Über Weibo? Oh! Wie ist das? Wie ist das? Was ist das ... Die Fца aber hält nicht, wir in geht nicht weiter. Oh! Was Отfüßt Also. Was,rant. Was,ne было! Das ist jetzt schon... Was? Der ist! Habt ihr die Voice-Camps davon gesehen? So bei dem Frame davor hat Felker schon gecallt, er ist fein. Er ist fein, er wird leben. Callt einfach Felker. Bruder. I mean, he just knows. He just knows. Das Finale war insofern geil, als er hat gewonnen hat, aber dann again, allein schon als die Jungs aufgelaufen sind, wir wussten halt safe, es wird, es wird einfach 3-0 werden. Wir wussten es alle. So Theo ist zehnmal besser als TheShy. Warner war viel besser als VeiVay. Felker war dreimal besser als Jahuba Worlds. Gumayusi war besser als Ruler. Also ja, es war einfach free. Es war digital free. Er hat nicht ganz verstanden, warum er sich einfach wenigstens irgendwie... Also sie haben ja obviously Felker seine Ari gepickt und er hat ein bisschen gegrieft, aber nicht wirklich. Warum haben sie nicht einfach in Game 3 oder so einfach Lux gedraftet? Einfach Lux. Gib Lux für Keria, damit er endlich seinen Skin bekommen kann. Er hat so einen Keria Lux-Skin bekommen, inspiriert von einer von diesen New Jeans-Ladies. Weil das wollte er unbedingt haben, der gute Keria. Er hat sich darüber die ganze Zeit auf Instagram beschwert, dass er es nicht machen durfte. Wer da nicht geweint hat, weiß ich auch nicht. Wer ich hier bei dem Moment nicht die Träne vergossen hatte, weiß ich auch nicht. Der ist einfach keine Emotion. Einfach keine Emotion. No joke. He's done it three times. This is the first time. And he'll hoist it for the fourth. Thank you, fans. Oh, um, I love you. Subscribe to Dumbs. Subscribe to Dumbs. Okay, okay, ich mach's. Das Video war ein Banger, Alter. Subscribe to Dumbs. Hier ist der Link. Könnt auch gerne Link like dalassen oder so. There you go, chat. Ja, World in a nutshell. Banger. Sehr viele geile Memes nochmal das Ganze durchzuleben auf lustige Art und Weise. So viel von dem Epicness ist jetzt nicht rumgekommen, aber das war auch nicht erzählt. Das Video ist natürlich sehr lustig gemacht. Sehr, sehr, sehr geil. Kann man nicht. Ich hoffe, das war nicht.